Woche 4 in der NFL hatte so einiges an Drama zu bieten, nichts aber übertrifft die Situation in Seattle, wo zwischen Earl Thomas und den Seahawks endgültig ein Bruch entstanden ist. Was bedeutet das jetzt für Seattle und für Thomas selbst? Die kultige Week-4-Ausgabe mit Aus- und Rückblick von Walter und Michi am Würstelstand. Sollte das Video nicht korrekt dargestellt werden, schalten Sie bitte Ihren Ad-Blocker ab. Werbung Werbung Untertitelung des ZDF für funk, 2017